Ja, was möchtest du hören? Also, sagen wir mal, Sonntag steht ja drin, ab 11 Uhr. Also, ich werde hier Samstagmorgen mit der Sonne machen. Und die Häuser stellen wir auch auf und dann ist das nicht gewesen. Also, Samstag ab 14 Uhr hierhin und Sonntag quasi. Oh Mann, es wird hier auch nicht wirklich was gemacht in dem Sinne. Tschau. 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 Tschau.